Die Leute halten sie für einen Killer. Sie sind keiner. Beim ersten Mal wirst du dich mies fühlen. Hör nicht auf all die Idioten, die von Moral reden. Weil das hier deine Geschichte ist. Und am Ende wird deine Version zählen. Keine andere. Halt an, du Arsch! Das können sie nicht machen. Verdammte Scheiße, hier hinten liegt eine Göre. Das ist meine Tochter, sie muss ins Krankenhaus. Schabler! Maul, was war los? Los, wir müssen hier weg. Hier wimmelt gleich von Bullen. Warum machen sie das? Wen interessiert das Warum schon? Er hat diese Bullen umgelegt. Dafür kriegen wir lebenslänglich. Ich hab's dir gesagt, dass ich dir nicht traue. Der legt uns rein, wer da kann. Dein Plan ist einfach scheiße. Hör mir gut zu. Du wirst jetzt genau das machen, was ich dir sage. Kapiert? Ich hab die Polizei verständigt. Wir sind so gut wie tot. Dann trafierst du's endlich. Möde ich, wenn du bist tot. Wenn du deine Tochter wirklich retten wolltest, dann hättest du mir nur gehorchen müssen. Schau! Chef, wir haben hier einen Notfall in Wagen 11. Was ist denn? Raus hier! Alle raus! Schnell! Wir haben hier einen Notfall in Wagen 11. 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 Vielen Dank.